Freunde, beim letzten Video ist mein Fehler unterlaufen. Und zwar habe ich die Bügelmessschraube hier vorne festgehalten. Und das geht ja gar nicht, weil sonst kommt ja Wärme in die Bügelmessschraube rein. Deshalb, man soll es immer am Kunststoffgriff festhalten. Deshalb macht nicht alles nach, was der irgendwo im Internet vormacht. Das geht gar nicht. Vor allen Dingen, wenn die Teile eine Dreiviertelstunde Laufzeit haben und wenn du dann fünf Sekunden hier vorne die Bügelmessschraube festhältst, dann kriegst du viel zu viel Wärme rein. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Das möchte ich in Zukunft besser machen. Und deshalb achte ich darauf, dass da ja nicht zu viel Wärme an die Bügelmessschrauben drankommt. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Video.